Der Mensch braucht Harmonie, Ruhe, Gleichklang. Active Wave für das WIC-Schweissen. Ein leiser, konstanter Lichtbogen. Von positiv auf negativ ohne Störquellen. Der dafür verantwortliche digitale Signalprozessor reguliert nicht nur die Schallemission, sondern steuert den gesamten Schweissprozess. Auch die automatische Kalottenbildung. Die Kalotte ist immer genau so, wie sie sein soll. Das Können dazu steckt in den digitalen Geräten. Damit haben wir Schweissen zu einem einfachen Vergnügen gemacht. Mit perfekten Ergebnissen. Wir haben viel probiert. Und Stabilität erreicht. Für perfektes Arbeiten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017